Hallo und herzlich willkommen beim Flugsimulator Berlin, hier mit unserem original Boeing 737 Cockpit. Heute stelle ich euch unser Paket Dangerous Airports vor. In der Vergangenheit kam es des öfteren speziell an diesen Flughäfen zu schweren Unfällen, weil die An- und Abflüge besonders schwierig sind. Das ist auch der Grund dafür, warum wir Piloten eine extra Qualifikation benötigen, um an diesen Flughäfen zu landen. Die spektakulärsten haben wir für euch zusammengestellt. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, mein Fluggast Alex hat gerade seinen ersten Anflug auf Hong Kong Kaitak hinter sich gemacht. Leider nicht ganz so erfolgreich, wir mussten einmal durchstarten, aber einmal ist keinmal, von daher gleich den nächsten Versuch. Ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, das war echt wow. Ich habe gedacht, ich könnte es im ersten Versuch schaffen, aber beim nächsten Mal bestimmt. Hallo zurück! Und? Lust auf mehr? Dann buch jetzt Dangerous Airports. Oder schau dir die Videos zu unseren anderen Action-Paketen an. Always blue skies and happy landings. Bis bald! postpія ваш Od helicopter. Schau dir diethinking. Diego Moment Musik du bist hal legisliert.